Eins, zwei, drei und... Man hat all die technischen Funktionen, die man braucht, gleichzeitig so in diesen Erlebnisraum integriert, dass viele Leute wahrscheinlich gar nicht merken, dass sie hier auf einer Hochwasserschutzanlage spazieren gehen oder in der Sonne liegen. Aber das ist eben genau diese gute Kombination und ich finde, es ist eine fantastische Lösung, die hier entwickelt worden ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017